Mache ich mal so eine Art Werbevideo und zwar CyberLP, das ist derjenige Kanal, ich werde deinen Link hier in die Beschreibung stellen. Der macht Kanalvorstellungsvideos und zwar, das wäre auch gut, wenn mein Kanal dadurch käme. Der hat auch schon einen Kanalbanner übrigens. Der macht zum Beispiel sowas. Abonniert habe ich ihn natürlich sowieso schon. Und da ist zum Beispiel ein Kanalvorstellungsvideo, der hat zum Beispiel vor kurzem diese Orange Morange gewonnen. Und das wäre auch gut, wenn ich dadurch mal reinkäme. Und ich mache ja jetzt schon ein anderes Art Werbevideo unserer Hellpid.TV, das ja Intro auch für mich gemacht hat, damit er auch für andere noch Intros macht. Aber das Video habe ich euch auch jetzt vor wenigen Minuten veröffentlicht, hier, die 27-Bit-Decoder. Sparrow-Pönix-Fakt habe ich hier noch in einen hochgeladen. Ja, Teil 50 wird ja im Moment hochgeladen hier. Wird jetzt gleich verarbeitet. Aber der CyberLP, der würde dann erstmal einen Kanal vorstellen. Also, der würde meinen Kanal erstmal vorstellen. Würde natürlich sehen, dass er so und so Videos macht. Kanalbanner. Bild habe ich natürlich noch kein. Und dann sieht er hier so, da kann er ein, also der CyberLP, der darf ein beliebiges Teil von mir nehmen. Ich bin nicht so streng von Urheberrecht. Also jedes Video, also zum Beispiel so ein aktuelles Video, würde ich von ihm her bevorzugen lassen. Weil dann sieht er ja nämlich auch, das ist, also das aktuellste Video, wie zum Beispiel die 27-Bit-Decoder oder, oder ein Ausschnitt aus dem Minecraft-Let's-Play. Vielleicht so ein, zwei Minuten lang so ein Ausschnitt. Dann wird man einen Einblick, mit der, wenn ihr das Video anguckt, auch einen Einblick hier bekommen, was ich da mache. Dass er einen Ausschnitt von meinem Video ausnimmt. Und deswegen mache ich jetzt dieses Werbevideo, mit er das vielleicht auch macht. Und da hatte ich zum Beispiel auch ein bisschen rechtliches, nein, das ist ein eher weniger, so was. Urheberrechtsänderungsvorschlag habe ich da gemacht. Und praktisch, Sparko Phoenix mache ich ein paar mehr Videos. Ja, diese WM-Orakel-Videos, die sind ja irgendwie so kurz gut geworden, aber das war's ja eigentlich. Also man, ich hatte nicht viel gemacht hier. Videos mit positiven Bewertungen, Playlists, Aktivitäten, Abos, das ist ganz schön lang. Also mein Kanal ist schon ziemlich lang geworden. Und das ist auch relativ aktiv. Also ich lade so gut wie jeden Tag Videos, so, wenn hier die 26-Minuten, 48-Minuten, das ist ziemlich aktuell. Und da, dieser Wanner, der ist nicht mehr aktuell, den müsste ich jetzt mal ändern, also. Sonst müsste ich einfach mal meinen Namen drin schreiben, Kanal-Trailer, den Thumbnail ändern. Aber dann werde ich erst mal euch verabschieden. Und hoffe mal, dass Cyber-LP dieses Video aussieht. Ich hab ihn ja so abonniert, hab ich ja auch gezeigt. Und hoffe mal, dass es ihm auch gefällt. Und auch meinen 50 Abonnenten, ich werde ja auch 50 Abos-Special machen. Und dann werde ich erst mal sagen, bis dann und ciao.